Schön, dass du hier bist, Wurz. Ich habe da mal eine Frage. Zehner oder Achter? Achter. Achter oder Sechser? Achter. WM-Teilnahme mit Deutschland oder international mit Hertha? International mit Hertha. Champions-League-Teilnahme oder DFB-Pokalsieg? DFB-Pokalsieg. Bingen oder Berlin? Berlin. Mäuseturm oder Brandenburger Tor? Mäuseturm. Was kann er so? Nicht viel. Mainz oder Schalke? Mainz. Mainz oder Berlin? Berlin. Rhein oder Spree? Rhein. Sandro Schwarz oder Martin Schmidt? Eieiei. Sandro Schwarz. Wieso Sandro Schwarz? Den kenne ich länger und hatte ich auch in der Jugend. Wenn du einen Moment deiner Karriere noch einmal geben könntest, welcher wäre es? Bundesliga-Debüt oder Tor-Debüt in der Bundesliga? Tor-Debüt in der Bundesliga. Gegen wen war das? Leverkusen. Schönes Tor? Leicht abgefälscht, aber das 3-1 gemacht hat entscheidend. Welches Tor war denn schöner? Das von Jowatich gegen Leverkusen oder Deins gegen Liverpool? Mainz gegen Liverpool. Interview nach dem Spiel? Bei Sky oder bei Hertha TV? Hertha TV. So. Freischuss-Tor oder Tor per Volley-Schuss? Per Volley. Traumpass oder Beinschuss? Beinschuss. Heim- oder Auswärtstrikot? Heim-Trikot. Netflix oder Prime? Netflix. Lieblingsserie? Prison Break. Strand oder Berge? Strand. Bar oder Restaurant? Restaurant. Club oder Couch? Couch. Du hast bestimmt auch schon mal einen Döner gegessen, oder? Ja. Kräuter oder Schaf? Gemischt. Und wenn du dich für eins entscheidest, ist das Kräuter oder Schaf? Kräuter. Dankeschön. Wittschen. Tag. imeco. Bayernweiler. Wahlberg. Abend. Untertitelung des ZDF, 2020